Ich freue mich auf Göttingen. Und diese fünf Gastronomen freuen sich auf ein heißes Duell am Herd. Auf dem Punkt. Die Präsentation super. Wahnsinn. Das ist ein Traum. Aber schmeckt das auch so traumhaft? Ja, die Schocke hat einen ganz schönen Beigeschmack. Mit welchem Beigeschmack ist es denn? Das ist seifig. Hm, saubere Leistung am Herd klingt anders. Dressing sollte ein Honig-Senf-Dressing sein. Das schmecke ich jetzt nicht. In meinem Fall war es leider nicht. Ist zum Letzten, wird hier gefightet. Auf in den Kampf. Wir starten im Little Italy. Das, was ich finde, kaufe ich ein. Das, was ich mag, koche ich. Vincenzos Geschmack entscheidet. Ich habe so ein Fleisch noch nie so gut gegessen wie bei Enzo. Das Kaninchen war butterzart. Die legen mal die Messlatte für die Woche richtig hoch. Das Kaninchen war es leider nicht so gut. 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 Das Kaninchen war es leider nicht so gut.